Okay. Max, was hast du getan? Äh, nee, nicht wirklich. Max, wenn du das liest, bedeutet es, dass du tot bist. Max, wenn du das hier liest, bedeutet es, dass du tot bist. Ja, hei, richtig gut übersetzt. Oh, wow. Das ist definitiv nicht real. So. Äh, hallo. Rachel Amber Forever, was haben wir hier denn sonst noch? Äh, hier können wir nichts machen? Nee, tatsächlich nicht, okay. Oh, dieses Spiel, ne? Das ist also... Nee, wir können nichts machen. Okay, wir gehen mal raus. Ähm. Okay. Okay. What the fuck? Das erste... Das hier oben wäre mir garantiert nichts sagen. Danke für das Töten, Chloe. Meine Selfies sind scheiße. Oh, wow, ich... Oh. Ähm. Grinz nicht so blöd. Ähm. Danke für das Töten, Chloe. Wo ist. Meine Selfies are shit. I need to be framed by a real artist. I'm just a poser. Yes. You will... Nein. Scheiße, was habe ich getan? Nein, 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 nein. There's so many angles I want to expose you with to the world. I hope you don't mind needles or duct tape. What the fuck? Max? Max? I don't believe it. Ähm. Max? Oh. Ähm. Okay. hey das sind die eine die eine tod so ein wahl ok kann ich nicht mit ihr reden doch hey kate matt how could you let me jump off a roof you are the only person i trusted here you never really listened to me now i'm never going to happen instead you stuck me in hell alone forever no kate i was only trying to save you ehh 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 Ach du Scheiße. Okay, Leute, ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Ein Schlüssel. 218, okay. Wir suchen 218. Ähm, wo stehen denn die... Hier gar nichts. 219. 220. Ähm. Da. Nein, bitte nicht. Okay. Und was ist, wenn wir wieder durch die 218 gehen? 218. Mit der Wunschwunsch. Without me. How do you know she disappeared? Maybe she wanted to start a total new life. Unlike you, she would've told me, okay? Something happened to her. Before Rachel left, she said she let somebody change her life. Then poof. Alter, das ist gerade Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll Wir können durch jede Tür gehen Das ist das Problem Leute, es kann sich nur noch um drei Tage handeln hier bei mir Okay Da ist wieder 2.18 Das, wenn wir hier nochmal durchgehen Ah, Rachels Zimmer finden Mein Gott, Leute Äh Ich hab keine Ahnung Aber ich bin doch schon überall rein jetzt Ach du Scheiße Okay, Leute Das könnt jetzt 2.24 Oh nein Äh Victoria Okay Okay, Leute Müssen wir jetzt Victorias Zimmer finden Oh mein Gott Das war nicht das richtige Zimmer? Uff Alter Victoria Ich weiß nicht mal, wo das Zimmer von Victoria ist Das war Kate Ich hab keine Ahnung, Leute Ich weiß es nicht Das ist jetzt einfach nur ein Durchprobieren hier Ich muss durch jede Tür jetzt irgendwie gehen, damit ich es rauskriege Vielleicht die 21 Vielleicht die 21 Oh Gott Okay Das war die richtige Tür So, jetzt unser Zimmer Look at me I am McSelfie Okay Das war das falsche Zimmer Das war Okay Äh Oh Gott Dann haben wir Oh Gott Was hatten wir denn? 2.18 hatten wir 2.24 hatten wir Wir hatten 2.22 2.21 hatten wir auch gerade, ne? Da sind wir ja gerade durch Gott Leute Ich hab keine Ahnung Das war die falsche Tür Okay Das war auch die falsche Tür Das war 2.18 Die hatten wir schon Äh Oh mein Gott Zwei riesige Eichhörnchen Äh Okay Achso Die kann ich jetzt Äh Alles klar Du weißt, wo du hin musst Äh, schön, dass du das weißt Ich weiß das nicht Ich weiß es nicht Wo müssen wir denn hin 3.19? Ich hab keine Ahnung, Leute Oh mein Gott Alles dreht sich zurück Okay, cool Uh Hur Oh 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 Okay. Äh. Das... Ansehen. Okay. Das ist sehr freaky gerade. Hallo. Das ist immer auf... Ähm. Ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen, oder? Drama Club. Betreten. Äh, betreten. Nertep. Alter. Oh nein. Schon wieder. Oh, come on. Max. Du warst so pure, so innocent. Jetzt musst du sterben. Oh nein. Was ist das für ein Scheiß? Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Äh. Äh. Alter. Das ist so creepy gerade. Max. Hau ab! Verschwinde! Oh nein. Nein, 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 nein. Leute, ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Nein, 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 nein. Wenn du nicht hierherst. Ich hab immer noch nie ganz angefangen. Oh nein. Oh nein. Oh nein, was ist das für ein Zeichen? Oh nein. 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 Ich weiss nicht, was ich machen soll, Leute. Oh mein Gott, ich bin wieder da, wo ich angefangen habe, oder? Ich weiss nicht, wo ich hin bin, Max. Turn right, turn right, now left, show me the love. Max! Nein! Hey, Max! Scheiße, was muss ich denn machen, bitte? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Kann ich nicht da hinten irgendwie hin? Scheiße! Ich werde jetzt wieder beklicken, ich werde jetzt mit dem Platz gehen. Die Schreiber sind nicht sicher. Ich bin ja nicht so oder nicht. Ich bin ja nicht so oder nicht so. Ich bin ja nicht so. Ich bin ja nicht so, was ich noch nicht so. ich habe keine ahnung wo ich hin soll leute ich habe keinen plan ist nicht ich drehe mich hier gerade echt im kreis wirklich kommen wir nicht rüber ich weiß nicht wo ich hin keine ahnung ich weiß es nicht leute nein ja aber was soll ich denn unternehmen nein 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 Bis zum nächsten Mal.